Hi. Wir sind mal wieder. Hi! Schon wieder. Schon wieder, ja. Du musst ja was Kreativiges einfahren lassen. In den Grenzlanden oder sowas in Richtung, was schönes. In Grenzlanden? Ja, Borderlands halt, ne? Irgendwas, was fast poetisch aussieht. Genau, Bordeseen aussieht. Das müssen wir schon wieder sagen. Ob es nicht schon wieder ist, was eh fair ist. Ja, gut, okay. Äh, wir sollen irgendwie Leute aus dem Gulag befreien? Hast du im großen Gefängnis hier, ja? Mit den verspiegelten Gläsern hier? Ja. Sehr fancy. Ich weiß nur noch, dass das eine grausame Map war. Naja, wir werden es ja sehen. Roboter, eine Säure ist hier. So gucken wir, dass ich irgendwo. Okay, gut. Meine Säure ist hier. Meine Säure ist da, ja. Ich habe eine Säure, ein Feuer und einen Blitz. Wow. So, ich habe ja tatsächlich Säure. Ich habe mir einen Shotgun geholt. Mit Säure. Niemand braucht Säure. Aua. Aua. Oh, fuck. Viele, viele Roboter. Dort. Okay. Okay. Ich mache schon. Ich mache dich, Borgi. Ja, dann. Führ dich eben. Das sind schon einfach schon verdammt viele Roboter im Singleplayer. Au. Habe ich denn da so? Aua. Irgendwann so. Irgendwann so. Irgendwann so. Ein Teil ist Exploder. So einfach laufen. Okay. Schon wieder da. Was? Hm. Hey. Hey. Scheiß, Robert hat mir so viel geklappt. Wäre das unnötig gewesen. Ja, ich bin aber auch gerade gestorben, von da ist es alles richtig. Wir alle leben wieder, alle. Ja, ich lebe so halt, ne. Oder was? Alles gut. Jetzt haben wir wieder unsere Ruhe. Können wir das nicht irgendwie gleichmäßiger gestalten? Das ist einfach riesen Kämpf und danach einfach gar nichts. Ich mein, nicht so. Was hab ich da jetzt wieder erwischt? Exploder. Achja. Danke, dass du mir nicht den Kehl gelassen hast. Kommst du mit zurück, wir sind beide tot. Nee, ich komm zu dir lieber, ne? Besser, ja. Okay. Bleibt einfach vor und macht nichts. Ich wollte Simon wieder leben. Ich koste mal. Ich war schon dabei, Simon wieder zu leben. Simon kann das bestätigen. Jo. Ich bin dran. Na ja, sie ist positiv. Was ist denn die? Super, scheiße. Ich darf einfach meine effektive Waffe nicht nutzen, weil ich dafür nah ran muss. Du bist ne geile Maschine. Einfach weiterlaufen, würde ich sagen, oder? Ewig aufhalten können wir uns eh 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 nicht. Wir spawnen nicht ewig neu. Irgendwann hat's auf. Glaub ich nicht. Wahrscheinlich doch nicht. Donk. Donk. Passiert sich nur ne Weide, glaub ich. Wir spawnen schon wieder neue. Ja, dann laufen wir einfach mal seine Funken, wie wir hin müssen, ne? Jo. Alles schon dabei. Boah, wir sind aber echt anhänglich heute. Hat was, ja? Bitte. Du, hi. Tschö. Aber irgendwie außenrum, ne? Hm, hm. Nicht? Also nicht wirklich weit außenrum, so ein Stück weit. Ich hab schon wieder irgendwie lags. Ich weiß nicht warum. Hm, können das wie ne Explosion oder sowas sein? Hui, blitzig. Warloader. Sogar mein... Warte auf. Beziehungsweise sogar das hinkriegen eigentlich. Gut, aber scheinbar nicht. Ist einfach zu hart. So, ich bin schon wieder down, aber ich... Ja. Hab's denn geprägt überhaupt. Noch ne Waller, Leute. Ja, genau. Laden nach. Sehr gut. Alter. Verkunft suchen ist denn irgendwie auch für Vollpfosten irgendwie, oder? Okay. Ja. Ach, der oben, ja. Hei, hei, hei. Also hier lässt mich nicht weit außenrum, wo man lang ausländern. Schon wieder Moor, Leute. Ach, wirklich. Ich weiß es gerade nicht. Ich hab grad leider keine Zeit mich umzusehen, um das nochmal nachzuschauen. Okay, dann such ich selber. Ich muss dir unbedingt nen extra Arm bauen. Nur für High Five. Also hier nicht. Was war das gerade für ein Ding von A? Das ist der Gunloader, der hier irgendwie gelandet ist, oder was? Äh? Wie in Section 8. Ja, da war so ein kümlicher Strahl von oben. Und dann stand da... Achso, hier brauchst du nicht aufbrechen. Nee, Gunloader meinst du natürlich. Ja. Hi Echo. Wenn ich es dir erzähle, oder Mobli? Klar. Bin doch dein Koppel, Carsten. Also, wo ist die Kiste? In den Flats. In einem Grab. Wann hauen wir hier ab? Gut. Carsten ist tot? Haha. Das überrascht mich nicht. Ich hab von diesem Mobli gehört. Kleiner Gauner. Gefährlich. Pass auf dich auf. Schönen. Also, wieder raus. Oder wie? Oder was? Jo. Und jetzt ist wieder Ruhe. Ich sehe fest, dass ich besser als bei mir im Singleplayer. Weil die irgendwie durchgerannt sind. Ich glaube, ich bin an einem anderen Weg zurück. Das ist eine blöde Idee. Au. Au. Auf die Fresse Kriegsimulator ist das. Ich sprint jetzt hier einfach raus. Egal. Gut. Ich sterb einfach mal. Äh. Wo bist du? Und wieder down. Schön. Ja. Ja. Kommt einfach. Geh einfach. Ich hab euch gerade auf dem Blickfeld alle. Aber ich kann doch vielleicht einfach rechtzeitig den Teleporter erreichen. Natürlich. Ja. Dann. Hui. Im Sprungslibertiert, herrlich. Erstmal nachladen. Dann bist du in der letzten Sekunde geschossen. So. Das Versteck finden. Unser Auto ist natürlich nicht mehr da. Warum? Von Neues. Hey. Wollen wir nicht eigentlich mit zwei Fahrzeugen fahren? Wär das nicht? Nö. Nein. Okay wäre es nicht. Schade. Das ist vor allem einfach unglaublich egal. Und mit einem Fahrzeug sind wir wenigstens beieinander. Eben. Das ist nur eine Theorie. Ja. Aber nur eine Theorie. Ja. Aber nur eine Theorie. Ja. Das ist doch irgendwie normalzustand. Eigentlich ist ja... Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Haha. Haha. Bummer. Hui. Ich weiß nicht mehr den Weg da hoch. Also dieser Fick kommt doch. Ja. Schieß drauf. Du kannst schießen. Ich bin doch dabei. Doch schön. Du. Ich kann doch nicht zählen. Wenn Goffi durch die Kreise fährt. So. Tada. Nächstes. Verliebt ein Auto. Ah. Okay. Okay. Wir kreisen auch wahrscheinlich nicht. Nicht alle mal. So geht's. Da hat kein Auto. Dankeschön. Nun. Jei. Ich hab'n Player-Skin gekriegt. Du hast was? Player-Skin gekriegt. Wieso? Wofür? Irgendein Achievement. Achso. Tschüss. Ich erinnere mich nur noch, was ich den Eingang jetzt auch letztes Mal schon nicht gefunden habe. Ich erinnere mich, dass ich gerade getötet werde. Ja. Der Chef kümmert sich schon halbwegs drum. Snap. Hm. Ach. Ja. Ich weiß es. Glaube ich. Hinter Ellie. Die. Durch. Durch deren Gebäude durch. Ellie. Das wird eng. Haha. Ja. Aber echt. Ja. Okay. Ey. Okay. Gefällt mir eh besser. Wenn ich keinen hab, der die ganze Zeit in meine Sicht reinballert. Haben wir jetzt gerade rumgedreht oder so? Nein. Nein. Haha. Siehst du? Sag komisch aus. Wie? Eigentlich soll man da nicht mit dem Auto durchkommen, aber ich hab's schon mal geschafft. Okay. Irgendwie bin ich da rüber geflogen. Eng. Na egal. Ich steig mal aus, ne? Steig mal aus. Jut. Steig mal aus. Ja. Zu Fuß gehen einfach mal ein bisschen. Ja. Kotzer. Ja. Jetzt. Oh. Großes Kotzechen. Ach geht schon. Ich hau den Ring nach kaputt die Fresse. Okay. Hä? Wurde besabbert. Funktioniert nicht so gut. Wieso? Funktioniert perfekt. Ich spreite dann einfach wieder durch, ne? Jo. Vielleicht ganz ungern ich nichts treffe. Gar nichts. Ach, ich hab diesen Megascope gehabt, die Pistole. Okay. Okay. Das müsste ich auch aufnehmen. Hier schwebt gerade so ein Ding durch die Luft. Ach, nimm mal auf. Ich seh's grad nicht, von daher. Haha. Sehr lustig. Guter Bug. Naja, es gibt ja keinen Falschschaden in dem Spiel. So ungewohnt irgendwie. Ist kein Falschschaden. Hier, friss die Granate gut. Klar. Macht's aber nicht. Hat's aber. Na dann. Ich bin's tot. So, kommen wir zum Ziel. Ja, wir kommen zum Ziel. Sehr langsam. Ja, schnell, der auch zu viel verlangt. Ja. Wachte schon so. Eben. Ah ja. Genau, das war das. Hm. Grab finden. Das war einfach. Warum ist hier ein Ellie-Figürchen? Und? Ah ja. Einfach der erste Grab, den ich aufgemacht hab. Her damit. Finger weg von dem Schatz Banditen. Verdammt Kammerjäger. Du hast dieses Hyperion Arschloch hergeführt. Ihr Banditen, lasst eure Waffen fallen und geht von dem Versteck weg. Los. Hab ne bessere Idee, Arschloch. Wir ziehen alle, wenn die Kirchenglocke zum dritten Mal steht. Ein flotter Dreier der anderen Art. Gut. Einfach überseite gehen. Mach was. Geht einfach auf Abstand. Ja. Lass die einfach nur sich selbst bekämpfen, ist sicher. Sonst lässt sich Fresse geben. Aber es wäre sinnvoll, wenn wir Partei ergreifen, oder? Warum? Der, der überlebt, überlebt. Und der, der nicht überlebt, wird getötet von uns. Na ja, gut. Ich brauche noch oft zu lange. Na dann. Weiß aufs Schild. Und die Rüste. Wo ist der andere? Oh. Hier ist ne hübsche Granate. 41. Äh, 31. 41. Au. Was war das? Der Mobley. Der Mobley. Natürlich. Mach den kalt. Ja, ja. Wunderbar. Auch gut leben, der Sack. Einfach hingehen und auf die Fresse geben. Jo. Uiuiui. Oh. Glitwunsch. Ich hoffe, du nutzt sie sinnvoller als ich. Ja, ja. Blame, blame, blame. Was hab ich jetzt eigentlich bekommen? Moment. Die sieht aber interessant aus. Ach, den Skin, den ich bekomme bis die ist. Wie der Elfen Glamour, den hab ich schon. Toll. Moxies Endowment. Ey. Ja, es geht nicht. XP gained von Combat. Mehr XP. Im Austausch gegen... Persistenzen. Nope. Ein Mekka-Wrecker-Kopf. Okay. Gleich mal ausprobieren. Nachher. Hier ist noch irgendein Sniper. Ja, aber hier hab ich auch. Ne, ist eine Schrotflinte. WTF. So, das sieht aus wie ein Sniper. So. Ich auch. WTF. Das Step-Pack läuft und läuft und läuft. Was, was? Das Step-Pack von den Deppengier. Ah. Stimmt, aber er fliegt trotzdem nicht weg. So? Immer doch. Ach, wenn hier nicht noch irgendwelche Schilder wären. So. Einfach ans Einsacken. Na dann, wir können einfach hier runterhelfen, ne? Halt ihn, hör dich! Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride! Jetzt mit 57% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr! Das ist weniger als letztes Jahr! Kein Applaus, bitte! Naja. Äh, wohin? Weiß ja nicht. Ich hab mich zum Vehicle teleportiert. Achso. Wo ist der Stand noch? Ich bin jetzt... Okay. Genau. Hinter Moxie. Das ist ne Abkürzung. Teleporter Vehicle, Konstantin. Das, das rote. Okay. Versuch's mal. Ich moxie Ellie. Tochter Moxie. Äh? Warte jetzt. Rot Teleporter Vehicle. Das obere von den beiden auswählen, Teleporter Vehicle. Im Catch-a-Ride. Wenn nur eins spawnen. Ja, du musst erst mal drauf klicken. Auf das größere und dann Teleport. Das ist gut. Ah, wow. Das ist gut. Jo. Weil die Hacker sind wir, ey. Hey. Morgen. Also geht dann einfach fuck you. Ich brech öffnen mal das Reisen ab. Warte ich mir, ja. Warte ich mir, ja. Genau wegen so einem Scheiß. Ey was? Ich muss Munition generieren. Ja, ja. Muss ich auch nicht. Ich nehm einfach Munition, die rumliegt. Reicht schon ganz. Das tue ich einfach nicht, weil ich dann euch Munition wegnehmen würde. Das tust du einfach nicht, weil du uns auf den Satt gehen willst. Das tust du einfach nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist doch stimmt. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus mehr. Super. Opa. Wäähnchen. Äh, ist das ein Slack-Boden? Ja. Loll. Äh, holy shit. Das ist, äh, was anderes. Ich steig mal aus. In der Level 32 wohl gemerkt, ne? Just in case you... Care. Ja, ja. Ja. Oh, ist alles gut. Wenn das Odax war. Ich krieg mir das Fahrzeug ein bisschen. Ein Stück weit, ja. Ich glaube, ich steig auch aus. Ist eh gleich kaputt. Au. Ich bin auch gleich kaputt. Ja, komm, lad nach. Au. Alter. Oh, sorry. Dennis. A sign's done to par. Dennis. A sign's done to par. Ach, ich hab meine Sniper-Pistole. Ich hab keine Waffe, mit der ich die wirklich gut treffen kann. Ich auch nicht. Ich hab nur so ne Sniper oder nicht, Corby. Jaja, aber die SR Slack und schießt halt B häufig und nicht endlos schnell. Aber ich kann die natürlich auch einfach, wenn sie am Boden sind, festhalten. Das ist meine Fähigkeit für euch. Ja. Wir müssen die ganze Art ausgleichen, so wie es sich reinfällt. Richtig. Ja, das ist ja keine Art. Das ist ja ein Experiment. Ach. Bewegen. Hast du nicht aufgepasst, als er das erklärt hat? Der Doktor. Die ist bestimmt fortflanzungsfähig. Kacke! Keine Munition mehr! Oh. Da. Ja, fortflanzungsfähig wahrscheinlich, aber... Trotzdem eklig. Trotzdem GMOs. Au! Ja. Ja, haben die deswegen kein Lebensrecht? Das ist jetzt die Frage. Ich mein, okay, die haben allein kein Lebensrecht, weil die uns ungreifend kennen. Eben. Mord ist dein Hobby! Ah hey, Tontorben schießt auch schön. Ja. 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 Ich musste kämpfen. Ich hab mit der Schuss nicht gelackt. Ich hab mit der Schuss nicht gelackt. 100m Kill gemacht mit der Schuss. Da und da. Hab ich den gar mit meiner Waffe abgeschossen. Also abgeworfen in dem Fall. Echt? Schöne Sache. Äh, hier kommen jetzt auch noch. Naja. Ich bin mal Nix. Naja. Ja... Komm, einen noch. Oh, ich sterbe, bitte. Bist du loot. Nachladen. So. Dann. Ach so, einfach weitermachen. Gut, okay. Ich bin verweckelt. Oh, okay. Ich bin jetzt gleich tot. Kein Molte für gar nix, ey. Dann halt die Raketen. Du bist da, okay. Die Loader jetzt hier? Die Loader sind hier, weil das hier ein... Scheiß Ort für Loader ist. Okay. Ach so, wir müssen gar nicht mehr weiter hier machen. Nee, wir müssen ja auch nicht. Festpunkt ist woanders. Okay, Out ist inzwischen kaputt, ne? Ja. Dann laufen wir halt. Was war das, bitte? Fun! War was das war? War eigentlich... ... eigentlich so... ... von dem, was wir bisher schon hatten... ... ein sehr gnadenvoller Kampf irgendwie, oder? War jetzt nicht so schrecklich. Dann ging. War halt nervig. Den Viechern, weil wir so recht schnell waren. Meine Sniper hat den Nachteil, dass die halt mehrere Schüsse auf einmal immer abfolgt. So als Salve. Und du hast nicht so viel Schnappermunition. Ja. Ich hab Pistolen und Shotguns gerade. Das ist ein bisschen, äh... ... naja. Darum geht's nicht. Wenn wir in dem Leid geht's weiter? Okay. Naja. Wir sollen eine Abomination töten. Ansonsten wartest du. So. Das ist im deutschen... ... einfach Kreatur, oder? Verschreulichkeit. Ja, Abomination, Alter. Trippst. Abomination. Kack Waffen. Das ist mit Scheißhaus, wundert mich das nicht. Ja, noch alle Scheiß sind. Das war kein Scheißhaus tatsächlich. Nicht? Okay, es sah wie ein Klo aus.